Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami HD. Ich habe die Katze ausgesperrt, es war ja nicht mehr zum Aushalten mit der. Damit wir jetzt hier mal in Ruhe aufnehmen können. Äh, keine Sonne. Übrigens gibt es einen besonders fies versteckten Baum und den zeige ich euch doch ganz am Ende. Ob ihr ihn schon entdeckt hättet? Frage ich mich da. So. Hier sehe ich keinen versteckten Schattsturm. Aber wir müssen in Herrn Blutes Haus gehen. Da ist nämlich auch noch ein Baum. Die Ruhe hatten wir uns schon geholt, oder? Ja. Gut. Damit sind wir hier hinten eigentlich fertig. Ich schaue jetzt gleich mal, ob an der fairen Anlegestelle ein Bewohner steht. Da können wir uns nämlich den Weg abkürzen. In den anderen Teil der Stadt. So. Hier ist die fairen Anlegestelle. Ja, da bin tatsächlich jemand. Jetzt, wo das Wasser wieder fließt und der Nebel verschwunden ist, ist alles wieder normal geworden. Ich hatte eine wirklich seltsame Krankheit, die mich ganz handlungsunfähig gemacht hat. Aber jetzt kann ich wenigstens versuchen, mit dem Boss wieder alles ins Reine zu bringen. Ich darf keine weitere Zeit verschwenden. Ich möchte irgendwo auf dem Kanal mitfahren, um zum Haus vom Boss zu gelangen. Aber diese dumme Fähre scheint nicht zu kommen. Ich brauche so eine Art Wunder, dass mich irgendwie zum Boss bringt. Es muss doch irgendwo ein Boot geben. So. Was wir machen müssen... Wir müssen jetzt nicht nochmal mit dem reden. Das ist ein Seerosenblatt. Aha! Es ist ein Wunder! Sieht so aus... Sorry, ich muss gerade lachen, weil die Klara fängt gerade an, Rausenterror zu machen. Sieht so aus, als hätte diese Seerose meinen Hufen gehört. Jetzt kann ich zum Haus vom Boss gehen. Es ist an der Zeit, dass ich meine Ausbildung beginne. Ich habe keinen Ruder oder Segel oder irgendwas. Aber der Wind und mein Enthusiasmus sollten genügen, um mich an mein Ziel zu bringen. Du meinst wohl, Ami hilft dir. So, du möchtest nach vorne. Und nochmal. Äh, na toll. Jetzt sind wir eben... ...strübel gefangen. Wir müssen warten, dass der... ... draußen ist. So, weiter nach vorne. Nein, nicht. Nicht Wasser. Wind. Wir müssen mal kurz nach links. Und jetzt kommen wir wieder nach vorne. Nicht Wasser! Ich habe gesagt Wind. So, gleich ist meine Tinte leer. Da müssen wir ja Tintensteine einsetzen. Ja. Ja. Sein Tintenstein. So. Jetzt können wir wenigstens so viel Wind machen, wie wir wollen. Noch mal nach vorne. Oh, jetzt hör doch mal auf mit Wasser! Und nochmal. Ich habe gesagt kein Wasser. Oh, jetzt sollte ich schneller gehen können. Ich kann es nicht glauben, dass ich es so schnell hierher geschafft habe. Es ist ein Wunder. Meine Ergebenheit dem Boss gegenüber. Hat das bewirkt. Ich bin ziemlich nervös, ihn nach so langer Zeit wieder zu sehen. So, jetzt haben wir genug für die letzte Tintenflasche. So, eigentlich wollte ich erworben das hin, aber es ist auch ganz nett mal hier zu sein. Nicht Sachen. Verdammt, ein Glück fehlt! Genau eins. Ich dachte, wir brauchen nur 340. So. Boss, bitte Boss. Bestimmt ist heute der Tag, an dem Sie Ja sagen werden. Ich weiß, dass ich schwach und nutzlos bin. Darum hatte mich auch dieser Nebel so fertig gemacht. Aber niemand könnte versessener darauf sein, zu arbeiten als ich. Bitte, Boss. Bitte nehmt mich als euren Lehrling an. Du hoffnungsloser Träumer. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Dass ich keine Lehrlinge annehme. Und trotzdem kommst du immer wieder und nervst mich. Nun gut, ich werde dich so hart arbeiten lassen, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Boss. Jawoll, Boss. Oh, diese engste Ami. Sieht klasse aus. Vielen Dank, dass Sie mir erlauben, Ihr Lehrling zu sein, Boss. Ich werde wirklich alles lernen, was Sie mir beibringen. Du blöd Mann. Wovon redest du da? Äh, Entschuldigung, Boss. Gut. Solange der Tintenstein noch aktiv ist, können wir uns um die nächste Passantel kümmern. So. Und diese Frau hier. Die verfluchte Zone scheint jetzt komplett verschwunden zu sein. Und auf einmal ist auch wieder Wasser im Kanal. Das muss das Werk der Götter sein. Jetzt muss nur noch die Fähre wieder fahren. Wir sind von dieser Fähre abhängig, weißt du? Aber sie ist noch immer außer Betrieb. Ich möchte auf die Oststraße gehen. Aber es ist schwer, den Weg zu finden. Ich muss einfach etwas finden, das schwimmt. Irgendetwas muss es doch geben. Oststraße komme ich da nicht her. Muss ich wohl doch zu Fuß gehen. Äh, wohin, das Ding ist nicht nah genug. Nun, das ist ja einfach perfekt. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber es wird genügen. Zeit, den Anker zu lichten und zur Oststraße zu fahren. So. Zuerst mal müssen wir hier weg. Nein! Hier sind viel zu viele Seerosenblätter jetzt. Hörst du mal auf mit Wasser. So, wir müssen mal kurz nach links. Die zeigt immer noch nach vorne, oder? Ja. Gut, die anderen Seerosenblätter sind völlig verschwunden. Ja, auf Wasser zu machen, Ami. Ich hab' gesagt, kein Wasser. Oh, der Steine ist vorbei. Äh, ich mach' die Köste eigentlich immer mit Tiefenstein. Ich geb's zu. So, und jetzt hier hin? Jetzt müssen wir nach vorne. Nach vorne, hab' ich gesagt. Hallo. Was soll denn das? Ich hab' doch mal Zeit. Verdammt, so viele Stunden. Ah, das war nur ganz kurz. Ich geh' jetzt nach vorne. Noch weiter. Hör auf mit Wasser. Na toll, wie sollen wir denn an denen vorbeikommen? Vorne. Ah, die müssen sie verschwinden nach einer Weile. Äh, falsch. So. Da möchte ich hin. Und jetzt hier hin. Und jetzt nach vorne. Ich hab' gesagt, nach vorne. Was für eine angenehme Reise. Ich bin so schnell hergekommen. Und man muss gar nichts bezahlen. Wie bei der Fähre. Das ist die perfekte Lösung. So, jetzt hab' ich aber genug. Und ich glaub' ich bin doch auf der richtigen Straße. Nee, da wollte ich ja eigentlich nicht hin, aber... Egal, ich lauf' da einfach zu Fuß hin. So. Nix, jetzt machen wir dann die Solarenergie. Halt, Moment, wir sind noch nicht voll. Oh, ich will unbedingt die Tintenflaschen voll bekommen. Ich glaub', man kann diese Quests wiederholen. So. Hey, wieso sind die Lampen wieder aus? Ich hab' sie extra allein gemacht. Was soll denn das? Da ist auch noch jemand. Der Baum ist verflucht. So, mit der Fähre will ich grad' nicht fahren. Gibt's hier eine Truhe vielleicht? Ja, tatsächlich. Ein Reiseblitzlinger erhalten. So. Hier können wir nicht hinein. Aber hier können wir hinein. So. Ach, mit diesem Mann hat man nur Kummer. Mein Ehemann versucht ein neues modisches Design zu schaffen. Er ist im Nachbarzimmer so sehr darauf konzentriert, dass er keinen Finger rührt, um mir zu helfen. Und dann hat auch noch dieses Gerücht alle unserer Kunden vertrieben. Vielleicht könntest du mal mit ihm reden, was? Hahaha. Dieses Gerücht war ein harter Schlag für unser Geschäft. Das kann ich dir aber sagen. Hast du die beiden Bäume draußen vor dem Geschäft gesehen? Die Leute sagen, dass nachts dort ein seltsamer Geist erscheint. Aber er scheint niemandem zu schaden. Vielleicht ist es nur die Faulheit meines Mannes, die schlecht für das Geschäft ist. Vielleicht könntest du mal mit ihm reden, was? Hahaha. Na gut, wir reden mit ihm. So, das muss wohl Herr Fischer sein. Ja, schick. Das ist ja ein richtiges Puzzle. Oh, hallo, weißes Hündchen. Willst du einem alten Kriskram Gesellschaft leisten? Ich betreibe hier dieses Kimono-Geschäft. Aber ich habe das Gefühl, ich muss mal flischen Wind hier reinbringen. Ich bin es langsam leid, immer dieselben Farben zu sehen. Ich war gerade dabei, mir ein neues aufregendes Design auszudenken. Kimono-Designer Herr Schick. Das Problem ist nur, dass es schwierig ist, als ich gehofft hatte. Ich bin so verzweifelt, dass ich sogar dich umhelfen bitten möchte, Hündchen. Rede weiter. Glaubst du, dass du mir helfen kannst, ein neues Design zu entwickeln, das in der ganzen Stadt gefragt sein wird? Guck dir diesen Kimono da mal an. Ich habe herausgefunden, dass man nur auf das Draufstarren Inspiration finden kann. Ja, das wird helfen. Nur Draufstarren. Das ist ganz einfach. Na dann, werden wir mal wieder unseren Däppel übermalen. Und ich reiche die Tinte aus. So. Der Eimer fehlt noch. Und seine Ärmchen. So. Der sah eben noch besser aus. Aber was, gütiger Himmel! Wie ist dieses Design da ganz von alleine erschienen? Vielleicht hat meine Inspiration mit dem Kimono endlich gewirkt. Wenn dein Design auf wunderbare Weise nur vom Kimono anstarren erscheint, dann hat meine Inspiration vielleicht etwas Göttisches. In dem Fall bekomme ich vielleicht was noch viel besseres hin. Jetzt kommt's! Du könntest mir auch mit deinen Pfoten helfen, weißes Hündchen. So. Okay. Bist du bereit? Sieht genau den Kimono an. Dein Kopf wird bestimmt für Inspiration überquembeln. Was wir jetzt machen müssen, ist das Zeichen von den Mädchen malen. Und zwar müssen wir den Stern in einem Gang machen. Das war ein fünffzeckiger Stern. Wie ging das nochmal den in einem zu malen? Äh. Das war's nicht. Oh, ich muss doch mal üben. So, ich mach das mal hier machen. Also fünffzeckiger Stern. Zack. Ne, 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 ne. So geht das nicht. Ich finde das mit dem fünffzeckigen Stern in einem Malen. Ich mach irgendwas falsch. Oh Gott. Ich muss den nochmal sehen. Damit ich weiß, wie der aussah. Oder ist noch was zum Pistall erhalten. So. Boah. Ich möchte doch mal ein Fünffzeckengestell eigentlich malen. Okay, ich muss noch einmal probieren. Eins. Dann hier lang. Dann geht man hier lang, oder? Ne, stimmt doch jetzt schon was nicht. Egal, ich guck's mir nochmal an, damit ich weiß, wie der aussieht. Und dann kann ich das Design nachmalen. Das eilt jetzt nicht. Kamil, hey, bist du der weiße Wolf, den ich in Kamiki gesehen hatte? Wir sind lange gereist, um hierher zu kommen. Ich schätze, du bist auch gereist. Ich habe bald genug davon, immer unterwegs zu sein. Und du? Guck, Schwester. Es ist wieder dieser Wolf. Da ist eine hübsche Verzierung auf seinem Rücken. Und schon geht das wieder los. Ich sagte dir doch, das ist nur ein einfacher weißer Wolf. Du denkst dir immer so seltsame Geschichten aus. Du musst dich ein wenig mehr für die reale Welt interessieren. Okay, wir haben diese Blumen in Kamiki gesehen. Aber Blumen nehmen die ganze Zeit. Das sehen Menschen jeden Tag. Vielleicht, wenn hier auf einmal Bäume erscheinen würden. Nun dann, bleib einfach mal in der realen Welt. Äh, aber ich kann die Verziehungen da wirklich sehen. Tja, Bäume können wir erscheinen lassen. Oh mein Gott. Ich glaube es nicht. Direkt vor uns. Ein Baum ist direkt vor uns erschienen. Wie kann das sein? Na glaubst du uns jetzt? Wow, ein ganz neuer Baum. Die Götter müssen ihn gemacht haben. Aber Götter sind nicht die einzigen, die Bäume erscheinen lassen können. Und wer sonst noch? Vielleicht, wenn es geregnet hätte, nachdem der Baum erschien. Sonst glaube ich nicht daran. Es gibt keine Götter. Tja, da hängen wir jetzt erstmal fest, wir können es noch nicht regnen lassen. Noch nicht. Na du. Huch. Ich sehe dich, du böser weißer Fellball. Hehehe. Ich spiele, als ich ein Dämonenjäger bin. Das ist ein Spiel, bei dem man ein Monster auf der Oni-Insel besiegt. Momotaro ist übrigens eine andere Anspielung an einem berühmten Märchencharakter. Aber das ist alles nur gespielt. Im echten Leben hätte ich zu viel Angst. Hey, möchtest du meinen Diener spielen? Du machst nicht den Eindruck, als ob du dich darum kümmern würdest. Was die Leute sagen? Würdest du mitmachen, wenn ich dir etwas zu essen gebe? Nicht, dass ich irgendwas hätte, dass ich dir etwas geben könnte. Wenn ich nur diese Mimlet-Külse hätte, die Oma für mich gemacht hat. Ich bin sicher, dass du sie lieben würdest. Und dann könnten wir zusammen spielen. Ich muss mich fallen gelassen haben, als ich mit jemandem zusammengestoßen bin. Tja, noch ein Opfer von Hayato. Blossom. Der seltsame Nebel, der über der ganzen Stadt lag, ist verschwunden. Aber mein Vater ist immer noch nicht aufgewacht. Gerüchte besagen, dass es der Nebel war, der alle krank gemacht hat. Aber warum machen die Götter meinen Vater nicht wieder gesund? Alles, was ich brauche, ist Medizin. Dann könnte ich ihn heilen. Aber ich habe niemals so viel Geld, um sowas zu kaufen. Kräutermedizin. Wie frustrierend. Sie ist erhältlich. Aber ich kann keine bekommen. Ich kann es nicht glauben. Ist es das, was ich glaube? Was ist das Hündchen? Du hast ja Kräutermedizin. Kann das sein? Wie kann ein Hund nur in den Besitz von so etwas wertvollem gelangen? Warum siehst du mich so an? Darf ich das etwa haben? Unglaublich. Dich müssen die Götter geschickt haben. Hundlein. Danke dir. Danke dir. Jetzt kann ich meinen Vater endlich heilen. Oh, ich habe mehr Glück. Da draußen war noch eine Trubung. Die sollten wir uns dann kümmern. Na? Seht mal was. Vater. Wirkt die Medizin? Oh, ihr Götter. Bitte lass sie wirken. Ich möchte doch nur, dass du aufwachst. Das ist alles. Ich möchte deine Stimme wieder hören. Lass uns Papa einfach nur. Äh. Keuch. Sie sehen aber wirklich übel aus. Ah. Hust, Hust. Hä? Was? Äh. Blüten. Kirschblüten. Wo ist Fett, Echel? Bist du wach? Huh. Was für eine Erleichterung. Vater ist aufgewacht. Ich habe geschafft, ihn aufzuwecken. Ich bin so froh. Danke dir, Hundlein. Vielen Dank. So müssen wir noch irgendwas tun. Ach du meine Güte. Du kannst niemanden einfach mal faulenzen lassen. Was, Fellknäuel? Scheint recht zu haben. War da ein Samurai-Schwert? So. So. Ein Bullen von erhalten. So. Wir dürften jetzt eigentlich auch so ziemlich mit den Kirschbräumen fertig gewesen sein. Das heißt, wir können dann die Herr-Blüte-Quest demnächst angehen. Aber ich gehe jetzt erstmal zurück. Obwohl, ich könnte ja eigentlich den Typen da auch noch herumkarren. Und dann kann ich mir das Design ansehen und dann... es fehlt auch noch eine der Kohlenpfannen. Ähm, was habe ich getan? Ich habe mein Gedächtnis komplett verloren. Seit die verfluchte Zone erschien. Nun, an eine Sache kann ich mich erinnern. Ich war auf dem Weg zum Haus des Tischlers. Also habe ich auf die Fähre gewartet, um dort hinzukommen. Und selbst nach dieser ganzen Zeit ist sie noch nicht aufgetaucht. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Es ist mir egal, was ich benutzen muss. Solange es schwimmt, werde ich alles ausprobieren, um hier wegzukommen. Na dann. Nein, wieso hast du mir jetzt kein Seerosenblatt gemacht? Oh, aber jetzt reicht es mir aber mit dir. Ein Seerosenblatt? Nun, besser als nichts. Okay, dann los geht's. Zum Haus des Tischlers. Volle Kraft voraus. Ich wundere jetzt ja, dass sich niemand von denen daran stört, dass Ami mit ihnen auf dem Seerosenblatt fährt. Übrigens beim ersten Mal spielen war ich so dämlich gewesen. Ja, da konnte ich jetzt wirklich nichts gegen tun. Ich esse mich mir so dämlich gewesen und habe noch ein zweites Seerosenblatt für Ami gemacht. Weil ich irgendwie nicht darauf gekommen bin, dass wir uns das Seerosenblatt teilen können. Wenn ich richtig sehe, müssten wir vorne dann nach links, wenn der zum Haus des Tischlers will. Ne, nach rechts. Er zeigt nach rechts. Jetzt muss gleich wieder mein Tintenstein eingesetzt werden. Ähm, ich mach's so. So, gleich wieder Tintenstein. Einen der besten Items im Spiel eigentlich. Ein Seerosenblatt am Wind. Jetzt könnte ich mir sogar heftigen Wind machen. So, gleich sind wir da. Nicht Wasser. So, sehr gut. Der Strudel ist weg. Ich will keinen weiteren Strudel machen. So, wir sind da. Ha, 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 ha. Das ist toll. Ich hätte nie gedacht, dass man mit einem Seerosenblatt so schnell hierher kommen kann. Das ist eine witzige Geschichte. Das ist eine witzige Geschichte. So. Wir sind aber bestimmt die Kinder weg, oder? Ich will das Design nochmal sehen. Ich brauche Tag. So, da sind die Kinder wieder. So. Ich zeig's mir nochmal. Ein fünfzäckiger Stern. Dann genau. Ich will sagen, wenn ich von hier anfange, dann mache ich so. Dann so. Ähm. Moment. Dann geht's mal so. So. Dann geht mal nach oben. Und dann nach unten. Und dann hat man's. Stimmt's? Dann zeig's mir nochmal. Ja. Halt. Das war jetzt völlig falsch. Ja. Das freut sie. Oh, du bist schön. Das ist ein bisschen Kacke. Aber ich glaube das ist es. Wir probieren's jetzt mal. Ein Kimono Händler. Wenn das nicht klappt, naja. Dann mache ich erst mal was anderes und dann beende den Part. Wo ist eigentlich die andere große Kulenpfanne? Die hat doch schon... Danach muss ich eh die Katze füttern. auch ganz schön Terror, aber die muss lernen, dass sie nicht immer nerven darf. Vor allem kriegt sie nicht früher essen. So. Ah ja, ist gut. Also. Ich glaube, das war's nicht. Das sieht überhaupt nicht so aus. Ja, er muss nämlich immer sagen, dass es was bewirken soll. Mit dem Stern hatte ich schon immer Probleme. Halten Moment, ich darf ja nicht absetzen. Hm. Stepp. Ja. So. Nein, ich hab ihn wieder abgesetzt. Das war außerdem total falsch. Ich probier's nochmal. So. So. Das sieht wenigstens ganz gut aus, aber... Ja. Dieses Muster scheint weiner so aus könnte es etwas bewirken. Das heißt große Fähigkeiten dieser Sache, Freund. Das war's. So. Dann werde ich jetzt aber abspeichern. Und die anderen Designs kümmern wir uns das nächste Mal. Dann kümmern wir uns auch um die Sachen mit der Blume und schauen uns auch mal die Stadt bei Nacht an. Und wir suchen die nächste Kohlenpfanne. Ja. Die muss ja auch noch irgendwo sein. Ach, die! Die hab ich überhaupt nicht angezündet. Ach, Tag. Das da muss ich machen. Hä? Oh, das hat gar nicht gereicht, aber es hat die Flamme angemacht. Jawoll. Jetzt müssen sie alle an sein. Na dann jedenfalls sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger denken. Wir spielen. Bis zum nächsten Mal.